Fast 10 Jahre Bauzeit und Kosten in Höhe von über 400 Millionen Franken, um einen Tunnel zu bohren, der genau parallel zu einem schon Bestehenden verläuft. So geschehen ist das beim neuen Albulatunnel im schweizerischen Graubünden, der seit wenigen Tagen in Betrieb ist. Auf den ersten Blick wirkt diese Investition vielleicht absurd, auch da sie keine wirkliche Kapazitätssteigerung bringt. Warum der Neubau aber trotzdem Sinn macht, was mit dem alten Tunnel geschieht und welche Besonderheiten das Projekt tragen musste, all das und noch mehr erfahrt ihr in diesem Video. Der Albulatunnel ist das Herzstück der Graubündner Albulatunnel zwischen Thuses und dem bekannten Kurort St. Moretz. Mit knapp 6 Kilometern Länge und einem Scheitelpunkt bei 1820 Metern über dem Meeresspiegel zählt er als höchster Tunnel einer Vollbahn in den Alpen und ist damit eine Besonderheit im Netz der Rhetischen Bahn. Die Albulatunnelbahn im Ganzen verläuft malerisch durch die Berglandschaft und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Region. Schon einige Male haben wir über sie berichtet, zuletzt im Rahmen des Weltrekords der Rhetischen Bahn zum längsten Personenzug, welcher eben dort aufgestellt wurde. 2008 ist die Bahnstrecke im Übrigen gemeinsam mit der Berniner Linie in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden, weshalb sie durchaus einen besonderen Schutz genießt. Dieser Schutz führt im Übrigen auch zu Auflagen bei etwa Neubauten, wie etwa beim Neubau des Bahnhofs Preda, bei welchem vorgegebene Materialien verwendet werden müssen, um das geschützte Erscheinungsbild zu wahren. 1903 wurde die etwa 62 Kilometer lange Strecke nach nur fünfjähriger Bauzeit eröffnet, wobei das inklusive der 144 Brücken und 42 Tunnels doch sehr beachtlich ist. In ebenfalls fünf Jahren wurde dieser 5,8 Kilometer lange nun alte Albulatunnel gebaut. Er durchquert das Albulatunnel massiv und endet im Norden beim Portal Preda im Süden in Spinas. Während der damaligen Arbeiten ging die Baufirma pleite und bedauerlicherweise verloren 21 Minüre ihr Leben. Ein Bauwerk mit bewegender Geschichte also, welches die Region seit seiner Eröffnung beeinflusst. Die Rhetische Bahn ermöglicht den Zusammenhalt des flächenmäßig größten Schweizer Kantons, aber auch einen simplen Zugang für den Tourismus. Oft wird sie deshalb als die Lebensader Graubünden bezeichnet. Warum der Tunnel nun aber neu gebaut worden ist und der Bau fast doppelt so lang gedauert hat wie vor 120 Jahren, das wollen wir uns nun ansehen. Ein Tunnel weist bekanntlich, wie alle Ingenieursbauwerke, auch eine technische Lebenszeit auf. Materialermüdung bei den verwendeten Baustoffen, Belastung, äußere Einflüsse wie Wetter und Klima spielen da etwa eine Rolle. Im Jahr 2006 brachte eine Zustandserfassung die Erkenntnis zutage, dass mehr als die Hälfte der knapp sechs Tunnelkilometer einen schlechten Zustand und demnach gravierenden Erneuerungsbedarf aufweisen. Auch in puncto Sicherheit ist der alte Tunnel, wenig verwunderlich, nicht auf dem heutigen Anforderungsniveau gewesen. Die Rhetische Bahn entschied dann, das bestehende Bauwerk nicht für den weiteren Bahnbetrieb zu sanieren, sondern einen parallelen Neubau zu fasieren. Im Vergleich zur Instandsetzung gab es wohl nur einen geringen Kostenunterschied, wobei auch das wesentlich höhere Sicherheitsniveau einer Neuanlage schließlich ausschlaggebend war. Dazu kommend konnten baubedingte Einschränkungen im Zugbetrieb weitestgehend vermieden werden und eine höhere Qualität des Bauwerks erreicht werden. 2011 wurde mit der Planung begonnen und 2014 erfolgte schließlich der Baubeginn. Durchschlagen wurde der Tunnel Ende 2018, wobei daraufhin der Tunnelausbau im Rohbau begann und die bahntechnische Ausrüstung folgte. Nun, nach etwas verspäteter Inbetriebnahme, wird der alte Albulatunnel, künftig Albulatunnel 1, als Sicherheitsröhre dienen und bis 2026 entsprechend saniert. Ab dann gibt es eventuell auch die Möglichkeit für Führungen durch den alten Tunnel und so Erkundungen der über 100-jährigen Geschichte dieses Bauwerks. Der neue Tunnel ist nun aber, genau wie der alte, einspurig ausgeführt, sodass also keine nennenswerte Kapazitätssteigerung möglich ist, welche aber auch nicht erforderlich scheint. Konkret ist der neue Albulatunnel 5680 Meter lang und damit ganze 4 Meter kürzer als sein Vorgänger. Er liegt östlich von diesem und ist alle 450 Meter über Querschläge mit dem ursprünglichen Tunnel verbunden. Im Albulatunnel 2 ist eine feste Fahrbahn verlegt, auf der die neuen Capricorn-Triebzüge mit bis zu 120 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit fahren könne. Auf der Gesamtstrecke kann so gemeinsam mit weiteren Streckengeschwindigkeitserhöhungen künftig eine Fahrzeitverkürzung von immerhin sieben Minuten realisiert werden. Gebaut wurde der Tunnel sowohl von Preda wie auch von Spinas aus, per konventionellem Sprengvortrieb. Das ausgebrochene Gestein konnte in diesem Verfahren als geeigneter Rohstoff der Wiederverwertung zugeführt werden. In Preda etwa wurde Kies für die Herstellung von Beton, Schotter und Fundamenten aufbereitet. Für sonstiges Material wurde in der Nähe einer geeigneten Geländekammer zur Ablagerung von bis zu 250.000 Kubikmetern Ausbruchmaterial gefunden. Der Bau des Tunnels brachte natürlich verschiedene Herausforderungen mit sich. Zu nennen ist dabei vor allem der Winter. Aufgrund der Höhenlage sowie den eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten musste die Baustelle für jeweils rund drei Monate im Jahr ruhen. Die Erschließung der abgelegenen Baustelle erfolgte zu einem Großteil bei Bahn, wobei in Preda und Spinas größere Bereiche um die Portale herum und eigene Baubahnhöfe errichtet wurden. Während der restlichen neun Monate im Jahr hat man natürlich intensiv ein Projekt gebaut, wobei die Bohrungen selbst natürlich auch herausfordert waren. Grundsätzlich besteht das gequerte Bergmassiv nämlich aus festem Granit und einer Schieferstrecke im Norden. Dazwischen befindet sich jedoch eine löchrig-poröse Gesteinsschicht, sogenannte Reibler-Rauwacker, welche sich in Verbindung mit Wasser rasch zu Schlamm verwandelt. Sie erfordert für die Durchbohrung deshalb ein spezielles Gefrierverfahren. Die geologischen Verhältnisse und Störzonen im Berg wurden beim Bau des alten Tunnels um die vorletzte Jahrhundertwende dürglicherweise detailliert dokumentiert, sodass nun darauf zurückgegriffen werden konnte. Beim Bau ist nichtsdestotrotz leider ein Arbeiter tödlich verunglückt, aufgrund der Verkettung unglücklicher Umstände, wie es heißt. Warum der Bau des Tunnels aber nun mit rund zehn Jahren trotz verbesserter Ausgangsbedingungen und einem moderneren Stand der Technik doppelt so lange gedauert hat, erläutert Renato Faschati, Geschäftsführer der Rhetischen Bahn. Die Herausforderungen jetzt bei einem neuen Tunnel sind selbstverständlich dieselben, die beim ersten waren. Nur haben wir natürlich viel bessere Mittel zur Verfügung, bessere Baumethoden. Aber man kann sagen, dass die Auflage, die man hat, nicht nur bautechnisch, sondern vor allem auch umweltspezifisch, dass diese deutlich höher sind. Wir haben auch grosse Sicherungsanlagen, die eingebaut werden müssen. Die Fahrleitung gab es damals auch nicht. Und von daher ist das ganze Projekt doch viel aufwendiger, als das beim ersten Tunnel der Fall war. Beim ersten waren übrigens über 1300 Personen im Einsatz. Das war jetzt beim neuen Tunnel deutlich geringer. Nichtsdestotrotz sind auch die Kosten jetzt höher. Aber wir freuen uns beim Einweihens, wenn wir nicht über die Kosten sprechen. Begleitend mit dem Bau wurden überdies einige Begleitmaßnahmen realisiert. Die Bahnhöfe Spieners und Preda wurden wie erwähnt neu gestaltet, etwa mit neuen Bahnsteigen. In Spieners wurde außerdem eine angrenzende Bach-Auen-Landschaft renaturiert und ökologisch aufgewertet. Die Tunnelportale an beiden Seiten wurden optisch an jene des alten Bauwerks angelehnt und in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz realisiert. Sie fügen sich harmonisch ins Landschaftsbild ein, aber wirken aufgrund des noch nicht verwitterten Gesteins natürlich noch neu. Mit einem großen Festakt wurde die Eröffnung des Albulatunnel 2 am vergangenen Sonntag gefeiert. An beiden Tunnelportalen fanden Veranstaltungen statt, es traten lokale Bands und Musikgruppen auf und es gab ein buntes Programm rings um die Angebote der Rettischen Bahn. Durch den neuen Tunnel verkehrte außerdem ein kostenloser Shuttle in Form eines offenen Aussichtswagens, um sich einen Eindruck des Bauwerks zu verschaffen. Bereits am Samstag gab es einen Termin mit Bundesrat Rösti und der Bündner Regierung, während der reguläre Zugbetrieb seit diesem Mittwoch durch den neuen Tunnel abgewickelt hat. Ein Highlight bei der Eröffnung stellte auch die Lichtshow in der Mitte des Tunnels dar. Im Vorfeld der Tunneleröffnung wurde außerdem erstmals in Preda einer Generalversammlung der Rettischen Bahn abgehalten. Dies zeigt noch einmal die Bedeutung des Baus für das Unternehmen, welches im letzten Jahr mit rund 15,5 Millionen Reisenden ein Rekordergebnis erzielte. Außerdem konnte die Inbetriebnahme des vorerst letzten neuen Capricorn-Triebzuges gefeiert werden. 56 dieser Fahrzeuge wurden bei Stadler bestellt und sind nun komplett für die Fahrgäste im Einsatz. Wie berichtet, schloss die RHB das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Jahresgewinn von 13 Millionen Schweizer Franken ab. Der hohe Kostendruck, insbesondere bei Abschreibungen, Unterhalt und Personalkosten, bliebe aber dennoch spürbar, hieß es dort. Was das Ergebnis der Rettischen Bahn jedenfalls nicht beeinflusst, sind die Kosten des neuen Alp-Buller-Tunnels. Denn mit 407 bis nach heutigem Kostenstand rund 425 Millionen Franken finanziert der Bund das Gesamtprojekt aus dem Bahn-Infrastruktur-Fonds. Was beeindruckt euch an dem neuen Bauwerk und was denkt ihr, sind 10 Jahre Bauzeit für ein solches Projekt verhältnismäßig? Teilt eure Meinungen wie immer gerne unter diesem Beitrag. Vielen Dank fürs Zusehen und wie immer gerne bis nächste Woche.